Schön, dass du wieder dabei bist und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute geht es mal um den Hererasaurus, ja komplizierter Name, aber kleiner Dinosaurier, denn diese Dinosaurier war um die 4 Meter lang und 1,5 Meter hoch, also nicht wirklich groß. Er wuchs um die 200 Kilogramm. Die Fossilienfundorte sind in Argentinien, also in Südamerika eher. Das Zeitalter war Obertrias und wie gesagt, dieses Tier war eher relativ klein und leicht gebaut. Die Wissenschaft geht von einer Körperlänge von 3 bis 6 Metern aus. Das Gewicht des Sauriers wird auf ca. 250 Kilogramm geschätzt und auf eine Hüfthöhe von ca. 1,5 Meter, würde ich mal sagen, wie vorhin auch gesagt. Der schmale Schädel wies eine Länge zwischen 30 und 60 Zentimetern auf. Der Unterkiefer hatte für diese Art eher untypisch ein flexibles Gelenk, welches das Festhalten der Beute sehr, sehr erleichterte. Und beide Kiefer waren mit großen gezackten Zähnen ausgestattet, also ein Top-Räuber für seine Zeit Trias. Die vorderen Gliedmaßen waren sehr kurz, die Hand dafür verlängert, der Daumen und die ersten Finger waren mit scharfen gekrümmten Krallen bewährt. Die übrigen Finger hingen kralllos. Herrerasaurus lief im Gegensatz zu den meisten Saurien dieser Periode ausschließlich auf zwei Beinen. Die Hinterbeine waren sehr stark gebaut, wahrscheinlich zum Laufen, die Oberschenkel kurz und der Fuß eher lang, was für einen schnellen Läufer spricht. Der Fuß besaß fünf Zehen, wobei die äußeren Zehen recht klein waren und die erste Zehe in einer eher kleinen Kralle endete. Um seinen Körper beim Laufen gut auszuprodenzieren, war der Schwanz des Herrerasaurus mit sich überlappenden Wirbelfortsätzen verstreift. Ja, das waren eigentlich so die Hauptinformationen, Gewicht und so weiter, alles hier in diesem kleinen Text drinnen, den ich mir notiert habe. Ja Leute, wie gesagt, das waren eigentlich auch schon die Hauptinformationen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben, vielleicht kommen ein paar Livestreams in naher Zukunft wieder mal. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.